Ich begrüße Sie heute zu unserer Sendung zum Thema Fake News. Unzeilige Nachrichten erreichen uns auf allerlei Plattformen tagtäglich. Gerade bei Social Media ist es wichtig zu wissen, ob wir diesen vertrauen können. Falschmeldungen können ungeahnte Konsequenzen für uns und für die Gesellschaft haben. Die Wahrheit zu finden wird immer schwieriger. Gerade um den Gesichtspunkt von künstlicher Intelligenz. Was sind Fake News und wie erkennen wir sie? Darüber sprechen wir nachher noch mit einem Experten. Jetzt tauchen wir erstmal in das Thema mit einem Beitrag. Der Ukraine-Krieg ist der erste, der auch massiv in den sozialen Medien ausgetragen wird. Über die Kämpfe, die weltweiten Sanktionen gegen den Angriffskrieg Russlands kursieren unterschiedliche Darstellungen. Allerdings ist es schwer, genau wie bei Corona und der US-Präsidentenwahl zwischen echten Nachrichten und Fake News zu unterscheiden. Warum sind Fake News so verbreitet? Fake News verbreiten sich vor allem im Internet- und Chatgruppen rasend schnell. So beeinflussen sie den Ausgang von Wahlen, manipulieren Meinungen und spalten die Gesellschaft. Auch erfahrene Menschen können darauf leicht reinfallen. Simon Kruschinski ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Publizistik der Uni Mainz. Er hat den Zweck von Fake News erforscht. Wir haben solche Fälle, wo das Ziel Schaden zufügen ist, aber auch gewinnbringende Aktionen stecken hier dahinter. Oder aber Verleumdungskampagnen. Wieso wird gefaked? Fake News entstehen aus unterschiedlichen Gründen. Der erste ist schlicht, Spaß. Satireseiten wie der Postillon veröffentlichen jeden Tag absurde Scherzmeldungen. Auf der Seite selber ist klar, dass es sich um Scherze handelt. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich die Artikel aber auch als vermeintlich wahre Nachrichten. Eine weitere Quelle von Fake News sind Verschwörungslegenden. Zum Beispiel, dass Bill Gates das Coronavirus erfunden habe. Der Medienwissenschaftler Peter Maurer von der Uni Trier beschäftigt sich mit der Kommunikation in sozialen Netzwerken und weiß, warum Fake News während Krisenzeiten besonders florieren. Das Leben wurde massiv, hat sich in der Zeit massiv verändert. Und dann ist es eigentlich klar, dass man da Informationen braucht. Und nicht allen Menschen reicht es dann eben, sich aus den, sag ich mal, normalen etablierten Quellen zu informieren. Man ist einfach auch offen für Informationen. Also offener als vielleicht in normalen Zeiten. Der dritte Grund, mit Fake News wird auch Geld verdient. Programmiererteams erstellten während der US-Wahl 2020 unzählige Falschmeldungen. Jede News bringt Klicks auf ihrer Seite und damit Geld durch Werbung. Im aktuellen Krieg kursieren unzählige Videos und Nachrichten von tatsächlichen oder angeblichen Gräueltaten des Gegners und eigene Erfolgsmeldungen. Welche davon wahr sind, ist kaum zu überprüfen. Wie entlarvt man Fake News? Man muss schauen, ob sich diese Informationen, die man bekommt, auch auf anderen Medienseiten wiederfinden lassen, auf seriösen Medienseiten. Das andere ist, dass man auch die Quelle nochmal überprüft. Dabei helfen verschiedene Angebote. Faktenprüfer gibt es zum Beispiel von korrektiv.org, verschiedenen Nachrichtenagenturen oder journalistischen Plattformen wie tagesschau.de. Über die Bildrückwärtssuche von Google oder TinEye kann man prüfen, ob Bilder bereits woanders, eventuell auch in einem anderen Zusammenhang verwendet wurden. Seriöse Nachrichten nennen außerdem ihre Quellen oder weisen ausdrücklich darauf hin, dass bestimmte Informationen noch nicht unabhängig bestätigt sind. Fazit Fake News kursieren vermehrt im Netz und sollen politische Meinung manipulieren. Für den Laien sind sie oft nicht sofort erkennbar. Deswegen lohnt es sich, mehrere Quellen und seriöse journalistische Plattformen zu vergleichen. Im Anschluss an diese Tagesschau. Die Erfahrungen mit Fake News sind ganz unterschiedlich. Wir haben eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern zu dem Thema befragt. Wer täglich Fernsehen, Radio und schreibende Presse liest und hört, der hat ja immer auch falsche Nachrichten dazwischen. Ich hatte schon ganz viel mit Fake News zu tun und finde, jeden Tag gibt es neue Fake News. Man kriegt vieles in den Nachrichten mit oder hört man auch in der Schule, aber ansonsten mich selber jetzt noch nicht wirklich betroffen. Ich halte es für eine gefährliche Geschichte, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Es gibt viele Leute, die darauf reinfallen, können direkt unterscheiden, war oder nicht wahr. Auch gerade im Bekanntenkreis, dass Leute auf Fake News reingefallen sind, also dann auch tatsächlich der Meinung waren, das, was sie da hören in diesem Beitrag, das ist das Nonplusultra. Dass viele Leute da eine andere Meinung darüber bekommen, die in dem Fall nicht stimmt. Ich denke, es ist schon eine Gefahr, dass die Leute arg Einfluss nehmen auf vielleicht negative Dinge, die sie verbreitet haben wollen und das dann negativ ausnutzen. Darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Nettelmann. Er ist langjähriger Nachrichtenredakteur beim SWR und Experte für Fake News. Guten Abend, Thomas Nettelmann. Hallo, guten Abend. Wer und mit welchem Interesse verbreitet Fake News? Das ist ganz unterschiedlich. Es klang ja eben schon in dem Beitrag an. Es gibt politische Gründe. Es gibt aber auch Leute, die Spaß haben oder eben Verleumdungen in die Welt setzen. Ich selber habe das zum Beispiel intensiv erlebt in der Corona-Zeit, was da alles in die Welt gesetzt worden ist. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern. Wir hatten den Fall eines Mädchens, das in einem Schulbus zusammengebrochen ist, eine 13-Jährige, und anschließend im Krankenhaus gestorben. Ursache war erst mal unklar, aber es kam dann sofort die Fake News. Jawohl, es ist gestorben, weil es eine Maske getragen hat. Das war halt zur Zeit der Maskenpflicht. Und wenn man da einfach recherchiert, also da werden dann einfach Sachen auch behauptet ohne Quelle. Das klang ja auch schon an, das ist ganz wichtig, dass man guckt, ja gibt es denn dafür eine Quelle. Also wir Journalisten haben dann eben in dem Fall Polizei oder Staatsanwaltschaft bei ungeklärten Todesfällen. Das war hier alles nicht der Fall. Es war halt einfach eine Behauptung. Und was sind die Folgen für den Einzelnen? Ja, wir müssen halt aufpassen, weil sich die Medienlandschaft hat sich halt komplett verändert. Jeder wird heute ja geflutet, vor allem junge Menschen über Social Media. Und da müssen wir uns, muss jeder von uns eigentlich sich sozusagen das journalistische Handwerk drauf schaffen. Also ich sage auch immer, wir brauchen in der Gesellschaft wirklich für jeden und jede eine Nachrichten- und Informationskompetenz. Also wie wir Journalisten dann eben auch arbeiten. Und das heißt eben, das klang ja eben auch schon an, dass man die Quelle checkt, dass man mal prüft, wer ist eigentlich der Absender der Nachricht? Berichten auch andere darüber? Oder ist es nur eine Behauptung, wo ich sage, das ist eigentlich wenig plausibel? Da habe ich schon mal Fragezeichen dran. Also das sind so Sachen. Und wir haben jetzt auch eine neue Dimension, darauf wollte ich jetzt noch hinweisen, mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, es wird auch immer perfekter. Es kursierte vor einiger Zeit der Jens Riever im Netz, ist ja der Chefsprecher der Tagesschau, mit der Äußerung, guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit dem Ukraine-Krieg belügen wir Sie. Und es war eindeutig seine Stimme. Und da denkt man, das ist der doch, den habe ich doch gehört. Aber auch das ist etwas, was im Augenblick kein Problem ist für die KI zu produzieren. Gerade, wo Sie es angesprochen haben, mit dem fälschlicherweise ausgegebenen Kopie dann tatsächlich von den Nachrichtensprechern, wo sehen Sie denn die Gefahren für die Gesellschaft? Naja, die Gefahr für die Gesellschaft ist eben, dass das dann für bare Münze genommen wird, dass dann Leute damit dann auch Propaganda machen. Aber auch hier, sage ich auch immer, es ist auch immer relativ schnell rauszufinden, ob da was dran ist oder nicht. Weil das ist natürlich komisch, das ist nicht plausibel, dass er sagt, ich lüge. Und natürlich hat die Tagesschau das sofort richtiggestellt. Das heißt, man findet im Netz dann auch sofort die Auflösung. Also das muss man einfach immer wieder machen. Das ist auch kein großer Aufwand, weil auch immer gesagt wird, was soll ich noch alles machen? Ja, man kann es ja auch ignorieren, was auch immer das Beste ist. Oder eben, man prüft es und man hat es in den meisten Fällen eigentlich relativ schnell klar. Nein, da ist nichts dran. Wie kann ich mich als Individuum vor solchen Sachen schützen, dass ich so etwas erkenne oder auch tatsächlich betrügerische Aktivitäten im eigenen Umfeld? Naja, indem ich eben genau das anwende, was ich eben versucht habe zu erläutern. Also diese einzelnen, also das muss man quasi immer wieder für sich abrufen. Wer hat diese Nachricht geschickt? Wird es begründet? Gibt es eine Quelle? Berichten auch andere darüber? Oft werden auch Nachrichten dann, komische Nachrichten mit Fragezeichen verbreitet. Das hatten wir zum Beispiel bei der Ahrflut, da tauchte plötzlich auf, 600 Baby- und Kinderleichen gefunden. Fragezeichen. Und da kann ich auch immer nur sagen, wegwischen, weil wenn ein Fragezeichen, dann ist es keine Information, dann ist es nichts. Vielen Dank, Thomas Zettelmann. Gerne. Wie entsteht eine Fernsehsendung? Darum ging es heute bei einem Workshop beim offenen Kanal. Zum ARD-Nachrichtentag haben der SWR, die Medienanstalt und OKTV Mainz interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg eingeladen. Das Ergebnis ist diese Sendung. Die Workshop-Teilnehmer haben die Gelegenheit, in alle Bereiche reinzuschnuppern. Sie erfahren dabei, wie Fernsehen funktioniert und schauen hinter die Kulissen eines Fernsehsenders. Sie erstellen dabei Beiträge und Interviews zum Thema Fake News. Sie übernehmen dafür alle Aufgaben, die benötigt werden, um eine Sendung zu produzieren. Die Bandbreite reicht von Moderation, Redaktion über Regie bis hin zu Maske. Am Projekttag werden sie betreut und angeleitet von Medienexperten, von SWR und dem offenen Kanal. Die Altersspanne der Teilnehmer reicht von 20 bis 70 Jahre. Das war unsere Sendung zum Thema Fake News. Ich hoffe, es war etwas Spannendes für Sie dabei. Bis dann. Vielen Dank. Vielen Dank.